Ist der grüne Bogenschütze der Mörder Kriegers? Geheimnisvoller Mord folgt einem Streit mit dem Besitzer des Geisterschlosses. Wer ist der grüne Bogenschütze von Gary Castle? In welcher Beziehung steht er zu der Ermordung Charles Kriegers, des früheren Gefängniswärters von Pentonville? Das sind die Fragen, die Scotland Yard zu beantworten versucht. Krieger wurde gestern in seinem Garten von einem Berichterstatter des Globe aufgefunden. Nachdem er eine heftige Auseinandersetzung mit Abel Bellamy hatte, dem Chicagoer Millionär, in dessen Schloss der grüne Bogenschütze umgeht. Krieger wurde von einem grünen Pfeil getötet, wie sie vor 600 Jahren in Gebrauch waren. Abel Bellamy legte die Zeitung nieder und schaute über den Tisch zu seinem Sekretär. Wie viel von all diesen Nachrichten auf Ihr Konto kommen, weiß ich nicht, brummte er. Irgendjemand muss den Zeitungsberichterstattern von diesem verrückten Geist erzählt haben. Hören Sie einmal zu, Savini. All dieses verfluchte Geschwätz von Gespenstern macht mir gar nichts aus. Haben Sie mich verstanden? Aber wenn dieses verrückte Affentheater mich nervös machen sollte und wenn Sie denken, dass Sie sich dadurch in Gary unentbehrlich machen, so will ich Ihnen etwas anderes sagen. Ich werde den Schwindel einfach zerschmettern, ohne mindestens Scotland Yard zu fragen, glauben Sie mir. Er ging zum Fenster und starrte wütend auf die Straße. Dann drehte er sich plötzlich um. Savini, ich will Ihnen etwas sagen. Sie haben eine gute Stellung. Sehen Sie zu, dass Sie sie nicht verlieren. Sie sind der einzige Sekretär, den ich jemals angestellt habe. Sie sind aalglatt und verstehen zu lügen, aber Sie passen mir gerade. Ich habe Sie aus dem Rinnstein aufgelesen. Vergessen Sie das nicht. Ich weiß, dass Sie ein Schuft sind. Sie sind nie etwas anderes als ein Verbrecher gewesen. Aber ich habe Sie angestellt, weil Sie ein Kerl sind, den ich gebrauchen kann. Ich habe Sie ganz und gar durchschaut. Haben Sie das gehört? Sie waren damals mit einer Bande von Falschspielern zusammen, als ich Sie auflas. Die Polizei wartete nur auf eine Gelegenheit, Sie ins Gefängnis zu stecken. So habe ich alles über Sie erfahren. Als der Detektiv gestern Abend kam, um mich über Krieger auszufragen, war eine seiner ersten Fragen an mich, ob ich wüsste, was für eine Art von Sekretär ich mir da angeschafft hätte. Wussten Sie das? Auf Savinis Gesicht konnte man die Antwort deutlich lesen. Die mattgelbe Farbe war einer aschgrauen Blässe gewichen. Ich hörte nicht zum ersten Mal von Ihnen, fuhr der Alte erbarmungslos fort. Es ist schon länger als ein Jahr her, als der Polizeichef oder Polizeieinspektor oder wie man immer solche Menschen nennt, mich wegen einer Krawattennadel aufsuchte, die ein Hotelangestellter gestohlen hatte. Ich lud ihn zum Essen ein. Mit der Polizei habe ich mich immer gut vertragen. Das lohnt sich. Und während wir speisten, hat er mir alles von Ihnen erzählt, sodass ich Ihre Vergangenheit genau kenne. Vermutlich glaubten Sie, dass Sie Ihre Sucht leicht Geld zu verdienen, befriedigen könnten, als ich Sie anstellte? Na, aber daran haben Sie sich geirrt. Mir gegenüber sind Sie immer ehrlich gewesen. Das hatte auch seinen guten Grund. Ich hatte Sie kaum eine Woche engagiert, als die Fallspielerbande, der Sie angehörten, aufgegriffen wurde. Und Sie waren zufrieden, dass Sie nun eine Zuflucht bei mir gefunden hatten. Er ging langsam auf seinen Sekretär zu und hakte seinen dicken Finger in den Westenausschnitt Servinis ein. Das Geschwätz von dem grünen Bogenschützen wird sehr bald sein Ende finden, sagte er bedeutungsvoll. Und das wäre auch besser. Ich schieße rücksichtslos auf alles Grüne. Und ich brauche dem Leichenbeschauer nicht zu erklären, wie sich der Unglücksfall zutrug. In den Zeitungen konnten Sie lesen, dass schon einmal ein grüner Bogenschütze eines schnellen Todes starb. Es ist leicht möglich, dass sich das wiederholt. Bellamy packte seinen Sekretär fester und ohne sichtliche Anstrengung schüttelte er den hilflosen jungen Menschen hin und her. Sie wissen, dass ich ein Raufbold bin. Aber Sie denken, ich bin leicht zu durchschauen? Sie irren sich. Aber all Ihre Schliche durchschaue ich und bin Ihnen über. Plötzlich streckte er seinen Arm aus und Servini taumelte rückwärts. Den Wagen um fünf Uhr. Mit einer Seitwärtsbewegung des Kopfes entließ Bellamy seinen Sekretär für den Tag. Servini ging auf sein Zimmer und kam geistig und körperlich allmählich wieder zu sich. Er war verstört und erholte sich nur allmählich von seiner Furcht. Er stützte die Arme auf den Schreibtisch und schaute nachdenklich auf sein braunes Gesicht im Spiegel. Er hatte nur die Wahrheit gesprochen, als er die ganze Verantwortung für die Geschichte des grünen Bogenschützen den Zeitungen zuschob. Er hatte viel gute Gründe, um das Neuauftauchen dieser sonderbaren Erscheinung nicht in die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Der alte Bellamy wußte also alles. Diese Entdeckung erschreckte ihn zuerst. Aber nun war sie ein Trost für ihn. Er hatte schon in Schrecken und Sorge gelebt, dass eines guten Tages sein Vorleben entdeckt werden könnte. Aber warum er das fürchtete, ahnte selbst Abel Bellamy nicht. Die sanften, braunen Augen, die ihm aus dem Spiegel entgegenschauten, lächelten. Abel Bellamy vermutete es nicht. Er schaute auf seine Uhr. Es war kurz nach neun und der ganze Tag bis fünf gehörte ihm. Alle die Entschuldigungen, die er sich zurechtgelegt hatte, um auszugehen, brauchte er nun nicht. Wenn man Bellamy dienen wollte, musste man ihn absolut allein lassen, wenn er keine Gesellschaft wünschte. Und es gab Tage, an denen er den Alten von morgens bis abends nicht sah. An anderen Tagen wieder waren alle Stunden ausgefüllt mit Korrespondenz. Denn Bellamy ließ die Beantwortung von Briefen zusammenkommen. Ein Mietauto brachte ihn vor das Portal eines großen Häuserblocks in Maida Vale. Er ließ sich auch nicht von dem Liftboy hinauffahren, sondern ging zu Fuß die Treppe in die Höhe, zog einen Schlüssel aus seiner Tasche und öffnete Tür Nummer zwölf. Bei dem Geräusch des Aufschließens trat eine Frau mit einer Zigarette im Mund in den Gang hinaus, um sich nach dem Besucher umzusehen. Ah, du bist es, sagte sie gleichgültig, als er die Tür hinter sich schloss und seinen Hut an den Garderobenständer hing. Wer sollte denn sonst kommen? fragte er. Ich habe das Mädchen ausgeschickt, um Eier zu holen, antwortete sie, als er ihr in das kleine, gut möblierte Wohnzimmer folgte. Wo warst du gestern? Ich dachte, du würdest zum Abendbrot kommen. Sie hatte sich auf die Ecke des Tisches gesetzt und wippte mit den Füßen. Sie war von hübscher Gestalt, aber etwas unordentlich in ihrer Kleidung. Dichte blonde Haare umrahmten ihr Gesicht mit den schönen dunklen Augen. Die Puderschicht schien ein wenig unnötig, aber sie gab ihm die Erklärung. Sieh mich nicht an, sagte sie, als er sie neugierig und eingehend betrachtete. Ich war zum Tanzen aus bis drei Uhr und ich habe noch nicht gebadet. Heute Morgen bekam ich einen Brief von Jerry, fügte sie plötzlich hinzu und lachte über das erstaunte Gesicht, das er machte. Sie sprang vom Tisch und holte einen blauen Briefumschlag vom Kamin. Ach, ich will es gar nicht sehen. Ich hasse die Berührung von Dingen, die aus dem Gefängnis kommen. Du kannst von Glück sagen, dass du selbst nicht dort bist, mein Junge, sagte sie und steckte sich eine frische Zigarette mit dem Stummel an, den sie eben zu Ende geraucht hatte. Jerry wird in sechs Monaten aus dem Gefängnis kommen. Er möchte gerne wissen, was du für ihn tun wirst. Du bist ja jetzt ein Millionär, Julius. Sei doch nicht verrückt, sagte er rau. Bei mir ist es wenigstens und da kannst du doch Verschiedenes erben. Sicher gibt es dort viel zu erben. Er steckte die Hände in die Hosentaschen, schlenderte zum Fenster und stellte sich so, dass sein Gesicht im Schatten war. Eine halbe Million gibt es für uns in Gary. Meinst du Dollars oder Pfund? Fragte sie ohne große Begeisterung. Pfund? Sie lachte leise. Der alte Bellamy würde sehr besorgt sein, wenn er wüsste. Er weiß. Er ist von allem unterrichtet. Sie schaute ihn erstaunt an. Dass du... Er nickte. Dass ich viel auf dem Kerbholz habe. Er sagte mir heute Morgen, dass ich ein Verbrecher wäre. Was ist das eigentlich für eine Geschichte mit dem grünen Bogenschützen? Fragte sie und erhob sich, um die Tür zu schließen, als sie hörte, dass das Mädchen zurückkam. Ich habe heute Morgen die Sache in der Zeitung gelesen. Er antwortete nicht gleich. Ich habe nichts bemerkt, sagte er dann. Einer von den Dienstboten glaubte, ihn gesehen zu haben, und der alte hat mir gesagt, dass jemand seine Tür während der Nacht geöffnet hätte. Das warst du natürlich. Aber zu ihrem größten Erstaunen schüttelte er den Kopf. Es liegt doch gar kein Grund vor für solche nächtlichen Streifzüge. Ich kenne jeden Teil des Schlosses genau, und der Geldschrank ist ein Ding, das ich nicht allein übernehmen kann. Dazu gehört ein Sachverständiger. Er legte die Stirn in nachdenkliche Falten. Ich möchte dir sagen, was ich darüber denke. Unsere alte Gesellschaft löst sich auf. Jerry ist im Gefängnis, ebenso Ben. Walters ist nach dem Festland hinüber. Nur du und ich sind übrig geblieben. Die Sache ist erledigt. Und wir wollen sie auch erledigt lassen. Was haben wir beide denn auch schon groß daran verdient? Ein paar Pfund die Woche mit harter Arbeit. Davon kann man nichts zurücklegen, wenn wir alle die Unkosten abziehen. Die Sache war zu klein angelegt. Und dumme Leute, die man neppen kann, werden selten. Aber hier können wir eine halbe Million bekommen, wenn wir uns dran halten. Ich kann dir nur versichern, ich bin schon halb entschlossen, selbst einen Mord zu riskieren, um das Geld zu bekommen. Er legte den Arm um sie und küßte sie, aber ihr Argwohn war schnell erwacht. Worin besteht denn dein großer Plan? Ich traue dir nicht, Julius, wenn du zärtlich wirst. Soll ich etwa hingehen und den Geldschrank aufbrechen? Oder so etwas ähnliches? Er sah ihr gerade in die Augen. Ich weiß einen Ort, Schaubaolo, wo ein Mann wie ein Fürst leben kann, wenn er die Zinsen von hunderttausend Dollars zu verzehren hat. Das ist so ungefähr die Summe, die mir der alte Teufel zahlen wird. Vielleicht auch mehr. Gary Castle birgt ein Geheimnis, Faye. Es mag auch sein, dass es hunderttausend Pfund wert ist. Und wenn es hart auf hart kommt, so habe ich eine Flasche unsichtbare Tinte und die ist mindestens zwanzigtausend wert. Julius liebte es, sich geheimnisvoll auszudrücken, und freute sich, als er die Verwunderung auf dem Gesicht seiner Frau las. Der tadellos gekleidete junge Mann, der als Dritter an dem Mittagessen der Howards teilgenommen hatte, war denn doch älter, als sein rosiges jugendliches Gesicht vermuten ließ. Valerie hatte das auch gleich angenommen, als ihr Vater ihn ihr vorstellte. Sie interessierte sich zuerst wenig für ihn. Auf ihren Reisen mit ihrem Vater, die ihn auch häufig nach Amerika führten, hatte sie in Chicago und in New York, ja, in jeder größeren Stadt der Vereinigten Staaten, die verzogenen Söhne eingebildeter Väter gefunden. Junge Leute, die an nichts anderes im Leben dachten, als die Stunden, möglichst totzuschlagen, die sie von ihren nächtlichen Abenteuern trennten. Sie kannte nur zu genau die Grenzen ihrer Interessen, die gewöhnlich zwischen ihren schnellen Automobilen und ihren nächtlichen Gelagen schwanken. Aber zum ersten Mal war sie einem solchen jungen Mann in England begegnet. In mancher Weise war James Lammet Featherstone besser als alle anderen, die sie bisher kennengelernt hatte. Sein Leben war zwar auch ohne Ziel und Zweck, aber er besaß den großen Vorzug, sehr gute Manieren zu haben und ihr gegenüber äußerst zurückhaltend zu sein. Er sprach niemals von sich selbst, aber über andere Dinge konnte er sehr unterhaltsam sein. Valerie hatte ihn zuerst geduldet, weil er viel stattlicher und vornehmer war als der Detektiv, den ihr Vater früher engagiert hatte, um sie auf ihren etwas gefährlichen, einsamen Streifzügen in die Umgebung zu begleiten. Aber schließlich mochte sie ihn ganz gerne, trotz seiner übertrieben eleganten Kleidung. Am Tage nach der Ermordung Kriegers sprach er bei ihr vor, um mit ihr in den Park zu gehen. Als sie an dem sonnigen Park angelangt waren und er einen Stuhl für sie an der Seite des großen Reitweges besorgt hatte, wandte sie sich plötzlich an ihn. Ich möchte sie etwas fragen, und zwar etwas ganz Persönliches. Was tun sie eigentlich anderes, als anständige junge Damen auf ihren Spaziergängen zu begleiten? Er schaute sie scharf an. Sie sind sehr anziehend, sagte er dann ernst. Sie erinnern mich immer an Beatrice d'Este, Die Dame, die Leonardo malte. Nur ist ihr Gesicht noch zarter und ihre Augen sind viel schöner. Sie wurde dunkelrot und unterbrach ihn. Mr. Featherstone, sagte sie ärgerlich. Haben Sie denn nicht gemerkt, dass ich mir einen Scherz erlaubte? Haben Sie denn als Engländer gar keinen Sinn für Humor? Ich sprach doch nicht von mir selbst. Sie kennen doch aber niemand anders, den ich jemals begleitet hätte. Verteidigte er sich und gab dem Gespräch taktvoll eine andere Wendung. Nein, ich habe sonst nichts zu tun. Sie bügeln nicht einmal ihre eigenen Beinkleider, sagte sie streng, denn sie hatte sich über ihn geärgert. Nein, das tue ich nicht. Ich habe einen Mann dafür angestellt, gab er zu. Aber ich bürste meine Haare allein, fügte er stolz hinzu. Sie musste trotz ihrer schlechten Laune lachen, aber plötzlich wurde sie wieder ernst. Mr. Featherstone, ich bitte Sie um einen großen Gefallen. Ich weiß selbst nicht, warum ich Sie eben ärgerte. Mein Vater ist ängstlich besorgt um mich. Er ist ein wenig altmodisch und bildet sich ein, dass eine junge Dame nicht allein ausgehen dürfte. Er ist sogar auf den Einfall gekommen, einen Detektiv zu engagieren, der mich beschützen soll. Ihr Vater ist ein sehr vernünftiger Mann, sagte Jimmy Featherstone prompt. Aber das war gerade das, was er nicht hätte sagen sollen. Das vermute ich auch. Valerie unterdrückte mit Mühe eine scharfe Entgegnung. Aber ich möchte offen sein Ihnen gegenüber. Ich sehne mich danach, allein zu sein. Ich brauche ganze Tage für mich. Verstehen Sie, Mr. Featherstone? Ja. Ich kann wirklich nur allein sein, ohne meinen Vater zu ängstigen, wenn er denkt, dass Sie mich irgendwo hin begleiten. Ins Theater oder ins Museum. Ich würde Sie niemals dorthin bringen, widersprach Jimmy, und die gereizte junge Dame seufzte schwer. Ich meine etwas anderes. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich möchte, dass Sie morgen kommen und mich zu einem Spaziergang abholen, mich dann aber allein lassen, sodass mein Wagen dann hinfahren kann, wo ich will. Sie können ja ruhig sagen, dass Sie mich zu einer Tagestour mitnehmen. Vielleicht auf den Fluss? Die Jahreszeit ist aber eigentlich schon etwas weit fortgeschritten für eine Partie auf dem Fluss. Also schön, zu irgendeinem anderen Ausflug, der mich den ganzen Tag von zu Hause fernhält. Mein Vater reist Mittwochabend nach Schottland ab. Sie wünschen also von mir, dass ich vorgeben soll, mit Ihnen auszugehen, und dann soll ich Sie sich selbst überlassen? Sie seufzte wieder. Wie klug Sie sind. Ja, das möchte ich. Jimmy Featherstone bohrte mit einem Spazierstock ein Loch in den Kies. Ich will Ihren Wunsch unter einer Bedingung erfüllen, sagte er dann langsam. Sie schaute ihn erstaunt an. Unter einer Bedingung? Was soll das heißen? Er hob den Kopf und schaute ihr gerade in die Augen. Überlassen Sie die Nachforschungen nach Abel Bellamy's Angelegenheiten jemand anderem. Das ist keine Aufgabe für eine Dame. Wenn die Polizei die Pflanzung hinter Kriegers Haus abgesucht hätte, dann wäre es Ihnen sicher schwer gefallen, Ihre Anwesenheit dort zu erklären. Miss Howard? Einen Augenblick starrte Valerie ihren Begleiter sprachlos an. Sie war blass geworden. Ich, ich verstehe Sie nicht, Mr. Featherstone, stotterte sie. Der junge Mann wandte sich zu ihr und sah sie lächelnd an, halb belustigt, aber es lag auch eine gewisse Warnung in seinem Blick. Miss Howard? Sie haben mir eben den Vorwurf gemacht, dass ich ein zweckloses Leben führe. Ein Müßiggänger hat sehr viel Zeit, Beobachtungen anzustellen. Sie kamen an meiner Wohnung in St. James Street in einem Mietauto vorbei und fuhren hinter dem Ford-Wagen Mr. Kriegers her. Sie kannten Krieger? fragte sie erstaunt. Ich kannte ihn oberflächlich, sagte Mr. Featherstone, der mit seinem Spazierstock spielte und ihren Blicken auswich. Ich kenne fast alle Leute oberflächlich, fügte er dann lächelnd hinzu, manche allerdings sehr eingehend. Zum Beispiel weiß ich, dass sie ihren Wagen am Ende der Field Road entließen und zu Fuß die Straße entlang gingen, bis zu Kriegers Haus. Dann schien es so, als ob sie nicht recht wüssten, was sie tun sollten. Sie kamen zu dem Eingang eines kleinen Fußpfades, der durch die Pflanzung neben Kriegers Garten führt. Sie gehörte ihm nicht, er hat sie nur gepachtet. Er hat sich auch nicht die Mühe gegeben, den hinteren Teil seines Gartens nach der Pflanzung zu, mit einem Zaun abzuschließen. Dort haben sie letzten Abend bis 8 Uhr gewartet. Das haben sie alles nur vermutet, entgegnete sie scharf. Mein Vater hat ihnen erzählt, dass ich zum Abendessen nicht zurückkam. Es ist nicht nur bloße Vermutung, sagte er ruhig. Sie haben in der Pflanzung gewartet, weil sie fürchteten, dass man ihre Anwesenheit wahrnehmen würde. Von wo aus haben sie mich denn beobachtet? Er lächelte wieder. Ich war auch in der Pflanzung. Es tut mir leid, dass es so war, sonst hätte ich unseren Freund den grünen Bogenschützen wahrscheinlich gesehen. Was haben Sie denn dort zu tun gehabt? Wie dürfen Sie es wagen, hinter mir herzuspionieren, Mr. Featherstone? Er zwinkerte mit dem Auge, aber kein Muskel seines Gesichtes rührte sich. Sie sind inkonsequent, Miss Howard. Noch vor kurzem haben Sie sich darüber beklagt, dass ich nichts täte, und nun erzähle ich Ihnen, dass ich Sie auf einer sehr gefährlichen Expedition geschützt habe. Sie schüttelte hilflos den Kopf. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll. Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Mr. Featherstone. Wie kamen Sie überhaupt auf den Gedanken, dass ich Krieger folgte? Nachdenklich nahm er ein goldenes Zigarettenetui aus der Tasche. Bestatten Sie, dass ich rauche? fragte er. Als sie nickte, zündete er sich eine Zigarette an und blies den blauen Rauch in die stille Morgenluft. Sie folgten Krieger, sagte er langsam, weil, das vermute ich allerdings nur, weil sie dachten, dass er in seinem Groll Bellamy verraten und ihnen vielleicht die Aufklärung geben würde, nach der sie nun schon seit Jahren suchten. Sie starrte ihn verblüfft an. Sie suchen nach einer Frau, die unter merkwürdigen Umständen verschwand, Misshaut, fuhr der elegante junge Mann fort und zeichnete mit der Spitze seines Spazierstocks allerhand Figuren in den Kies. Und ob es nun richtig oder falsch ist, sie vermuten, dass Bellamy für das Verschwinden dieser Frau verantwortlich ist. Sie haben schon viel gewagtere Streifzüge unternommen als gerade gestern. Es hat viel Zeit gekostet, bevor ich ihre Gedankengänge rekonstruieren konnte. Aber sie dachten wahrscheinlich, dass Bellamy Krieger nach seinem Haus folgen würde und dass sie dann die Möglichkeit hätten, das Gespräch der beiden zu belauschen. Sie warteten ungefähr zwei Stunden in der Pflanzung und wollten gerade zu dem Haus gehen, als sie die Polizei bemerkten. Er nahm seinen Zigaretten in Thuy und steckte es wieder in die Tasche. Er fand plötzlich keinen Gefallen mehr am Rauchen. Ich hätte viel Geld darum gegeben, wenn ich den grünen Bogenschützen getroffen hätte, sagte er leise. Dann glauben Sie wirklich? fragte sie entsetzt. Er nickte. Ich vermute es nicht nur, sondern ich weiß es ganz genau. Sie sah ihn mit einem neuen Interesse an und es wurde ihr manches klar. Sie sind doch ein merkwürdiger Mann, Mr. Featherstone. Sie sind schlauer als der Detektiv, den mein Vater anstellen wollte, um mich zu beschützen. Er lachte. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Miss Howard. Ich bin nämlich der Detektiv, der diesen Auftrag hat. Ich bin Captain Featherstone von Scotland Yard und ich beobachte sie schon, seit sie in London ankam. Spike Holland war gerade dabei, den zweiten Artikel über den Mord durch den Bogenschützen auszuarbeiten, als er ans Telefon gerufen wurde. Er berichtete dem Redakteur den Inhalt seines Gesprächs. Man ruft mich nach Scotland Yard. Sehen Sie mal an. Ich werde noch eine bedeutende Persönlichkeit. Sind Sie gewiss, dass eine Frau in die Geschichte verwickelt ist? fragte der Redakteur und schaute von Spikes Manuskript auf, das er eben prüfte. Sicherlich. Zwei Leute haben Sie gesehen. Ich habe den Chauffeur gefunden, den Sie in der Stadt nahmen und dem Sie den Auftrag gab, Kriegers Wagen zu folgen. Außerdem hat eine Frau, die in der Field Road wohnt, eine Dame beobachtet, die über die Landstraße nach der Rückseite von Kriegers Haus zuging. Und glauben Sie, dass man Ihre Persönlichkeit feststellen kann? Nichts ist sicherer in der Welt, sagte Spike optimistisch. Es ist nur die Frage, ob man dem Chauffeur die Gelegenheit geben kann, sie wiederzusehen. Zehn Minuten später war er in Scotland Yard. Der Chef der Abteilung H wünscht Sie zu sprechen, sagte der Sergeant, der an dem Eingangstor Wache hielt. Ich kenne die Abteilung H noch nicht, aber führen Sie mich nur hin, erwiderte Spike. Ein Polizist brachte ihn in ein Zimmer, das nach Größe und Ausstattung scheinbar einem sehr hohen Beamten gehörte. Ein jüngerer Mann schrieb eifrig an seinem Pult, schaute aber auf, als der Besucher eintrat. Alle Wetter, rief Spike erstaunt. Ich habe Sie doch vorher schon mal gesehen. Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben, sagte der Beamte lächelnd, erhob sich und schob Holland einen Sessel hin. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Holland. Ich bin Polizeidirektor Featherstone. Im Allgemeinen bin ich für das Publikum nicht zu sprechen, aber in Ihrem Fall mache ich eine Ausnahme, weil mir Ihr Gesicht sympathisch ist. Darf ich Ihnen eine Zigarette anbieten? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir noch ein anderes Kompliment machten, etwas über meine schönen roten Haare. Jim Featherstone lachte. Also nun im Ernst. Ich will Ihnen sagen, warum ich Sie herbemüht habe. Ich weiß, dass Sie einen Chauffeur ausfindig machten, der eine Dame bis zum Ende der Field Road brachte, die man später nach Kriegers Haus gehen sah. Er lächelte, als der andere höchst erstaunt war. Es ist kein Geheimnis dabei, denn die Polizei kontrolliert an sich alle Chauffeure. Der Mann fühlte sich nicht recht wohl, weil Sie ihn so scharf ausgefragt haben und berichtete der Polizei, dass er die Dame dorthin gebracht hätte. Haben die anderen Zeitungen das auch erfahren? fragte Spike unangenehm berührt. Keines der anderen Blätter hat die Nachricht bekommen oder wird sie bekommen, sagte Featherstone ruhig. Nicht einmal Ihre Zeitung, der Daily Globe. Aber wir haben die Sache doch herausgebracht, sagte Spike. Aber ich möchte Sie gerade deswegen ersuchen, keinen Gebrauch davon zu machen. Deshalb habe ich Sie kommen lassen. Es ist wirklich nichts daran. Ich kenne die Dame persönlich und alle ihre Schritte sind zur Genüge aufgeklärt. Ich sehe wohl, dass Sie sehr enttäuscht hierüber sind, weil eine gute Mordgeschichte ohne eine verschleierte und geheimnisvolle Dame vom Standpunkt des Zeitungsberichterstatters aus keine richtige Mordgeschichte ist. Spike grinste. Es ist alles in Ordnung, wenn Sie mich nur deswegen gerufen haben, sagte er. Die Geschichte muss aber in unserer Zeitung herauskommen. Ich will Ihnen ein oder zwei Tatsachen mitteilen, aus denen Sie weitere Schlüsse ziehen und die Sie dafür einsetzen können, entgegnete Mr. Featherstone und spielte mit einem silbernen Brieföffner. Der Mann, der Krieger ermordete, hat rote Narben quer über die Schultern. Ist das eine Ihrer Vermutungen? fragte Spike erstaunt. Nein, das ist eine Tatsache. Ich werde Ihnen noch eine andere Angabe machen. Der Mörder hat entweder einen sehr starken Spazierstock oder einen Bündel Golfstöcke getragen. Ich persönlich neige mehr zu der Ansicht, dass es Golfstöcke waren, weil keine Viertelmeile von dem Tatort entfernt ein freier Platz liegt. Ich gebe ja zu, dass ich noch nicht genau weiß, ob diese Mitteilungen für Sie von irgendwelchem Wert sind, aber vielleicht sparen Sie diese Hinweise für sich persönlich auf, bis der Mörder gefangen ist und Sie darüber berichten. Gibt es denn irgendwelche definitiven Anhaltspunkte, durch die das Verbrechen aufgeklärt werden könnte? Jim Featherstone schüttelte den Kopf. Keine. Das heißt, keine, die reif sind für die Veröffentlichung, weil sie nämlich wahr sind. Nein, ich will nicht ironisch sein, Holland, aber Sie wissen vielleicht, dass wir nur dann Indizien öffentlich bekannt geben, wenn wir einen Verbrecher erschüttern und ihn dazu bringen wollen, zu fliehen. Es ist das letzte Hilfsmittel, das die Polizei anwendet, um einen Übeltäter dahin zu bringen, sich selbst dadurch zu verraten, dass er seine gewöhnliche Umgebung verlässt und sich versteckt. Es sind mehr Leute durch ihr verdächtiges Fernsein als durch hinterlassene Fingerabdrücke gefangen worden. Aber der Mann, hinter dem wir jetzt her sind, ist kein gewöhnlicher Verbrecher. Was hat das eigentlich mit der Narbe auf dem Rücken zu bedeuten? fragte Spike neugierig. Er erwartete keine Antwort auf seine Frage, aber zu seinem größten Erstaunen gab ihm Featherstone eine Erklärung. Ich weiß nicht, wie lange Sie schon in diesem Lande sind oder wie weit Ihre Kenntnisse der Gerichtsstrafen in England reichen. Für gewisse Verbrechen wird bei uns die Prügelstrafe angewandt. Manche Menschen denken, das sei brutal. Das mag ja vom rein menschlichen Standpunkt aus auch stimmen. So ist das Aufhängen sicherlich nicht sehr human. Wir haben aber erreicht, dass gewisse Arten von Verbrechen vollständig verschwunden sind. Wenn ein paar Straßendiebe einen Bürger auf der Straße überfallen und ihn berauben, kann sie der Richter zu je 35 Schlägen verurteilen. Infolge dieser Maßnahme sind Raubüberfälle überhaupt nicht mehr vorgekommen. Oder wenn einem Menschen nachgewiesen wird, dass er gewohnheitsmäßig von der Erpressung von Straßendirnen lebt, dann wird er zur Prügelstrafe verurteilt. Und dadurch ist das Zuhältertum sehr stark eingeschränkt worden. Die Prügelstrafe steht auch noch auf andere Vergehen, zum Beispiel auf tätlichen Angriff, auf Gefangenenwärter. Wir nennen die Peitsche die neunschwänzige Katze. Krieger brachte im Pentonville-Gefängnis sieben Jahre lang die Prügelstrafe zur Anwendung. Das ist ein sehr unangenehmes Amt, das außerordentlich starke Nerven und viel Geschicklichkeit erfordert. Denn dem Gesetz nach darf die Peitsche nicht über oder unterhalb der Schultern den Körper treffen, weil die Schläge leicht den Tod zur Folge haben, wenn sie über den Hals gehen. Die meisten Verbrecher nehmen ihre Strafe hin und fühlen keine Rachegedanken gegen den Beamten, der diese Strafe vollzieht. Aber es gibt andere, die das niemals vergeben und ich habe mir selbst die Theorie gebildet, dass der Mörder ein Mann war, den Krieger einst geschlagen hat und der nur eine Gelegenheit zur Rache abwartete. Und was wollten sie mit dem dicken Spazierstock oder dem Bündel Golfstöcke sagen? fragte Spike. Krieger wurde von einem Pfeil getötet, der von einem sehr starken Bogen abgeschossen wurde. Dieser Bogen war wahrscheinlich aus allerfeinstem Stahl hergestellt. Sie können aber nicht mit Bogen und Pfeil in der Hand durch London gehen, ohne die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Deshalb meine ich, dass die Waffe vielleicht in einem hohlen Spazierstock oder in einem Bündel Golfstöcke verborgen war. Spike kehrte zu seinem Büro zurück und hatte das Gefühl, dass seiner Geschichte die Pointe genommen war. Wir müssen die Frau aus der Geschichte lassen, Mr. Syme, sagte er. Die Polizei hat alles über sie aufgeklärt, die ganze Sache hat nichts auf sich. Ich misstraue immer solchen geheimnisvollen Frauen, beklagte sich der fantasielose Redakteur. Aber hier ist ein Telegram für Sie angekommen. Er wandte sich um, nahm ein versiegeltes Formular aus dem Regal und reichte es seinem Angestellten hinüber. Spike öffnete es und las. Glauben Sie, dass Bellamy meinen Plan durch eine Schenkung unterstützen würde? Halten Sie ihn für einen Kinderfreund? Spike ließ sich auf einen Stuhl fallen und lachte, bis ihm die Tränen in die Augen kamen. Was hat denn nun schon wieder dieser hysterische Anfall zu bedeuten? fragte Mr. Syme vorwurfsvoll. Valerie Howitt war vollständig verzweifelt. Aber meine liebe Val, sagte ihr Vater, nachdem er ihre Vorwürfe über sich hatte er gehen lassen. Ich musste doch so handeln. Du bist mir mehr wert als sonst irgendetwas auf der Welt und ich konnte nicht die Verantwortung auf mich nehmen, dich ohne Schutz zu lassen. Aber warum hast du mir denn nicht gesagt, dass er ein Detektiv ist? Das düstere Gesicht Walter Howards erheiterte sich zu einem Lächeln. Er hat mich die ganze Zeit beobachtet und ist mir überall hingefolgt, wenn ich dachte, ich sei allein. Ich glaubte sicher, er sei einer von diesen nutzlosen jungen Leuten, denen man überall begegnet. Er ist schon 30 Jahre alt, sagte Howard, und er ist ein wirklich guter Mensch. Ich kannte seinen Vater, er war Attaché bei unserer Gesellschaft in Washington. Du solltest dich nicht darüber kränken, Val, denn er hat seinen zweimonatigen Urlaub geopfert, um mir zu helfen. Ich dachte, du wärst nach dieser Zeit deiner Nachforschungen vielleicht müde und würdest froh sein, nach Hause zu kommen. Sie erwiderte nichts, obwohl er auf eine Antwort wartete. Wie hast du denn herausgebracht, dass er zur Polizeidirektion gehört? Er hat es mir selbst gesagt, entgegnete sie kurz und er fragte nicht weiter. Hoffentlich bedeutet das nicht, dass er nicht mehr zu uns kommt. Ich bin beruhigter, wenn er in der Nähe ist. Er will morgen Abend zum Essen kommen, sagte sie vorwurfsvoll. Aber es ist ein unausstehliches Gefühl, wenn man weiß, dass man dauernd beobachtet wird. Aber ihre Abneigung gegen jede Überwachung hielt sie doch nicht davon ab, dass sie Jim Featherstone bei seinem Versprechen hielt. An dem Tag, als ihr Vater nach Schottland fuhr, machte er ihr seinen Besuch und holte sie ab. Aber er begleitete sie nur fünf Minuten lang. Bei dem großen Marmorbogen im Hyde Park ließ sie den Wagen halten und öffnete die Tür in nicht misszuverstehender Weise. Hier soll ich wohl aussteigen, fragte er lächelnd. Sie fand, dass er außerordentlich vorteilhaft aussah und konnte kaum glauben, dass er bereits die 30 erreicht habe. Ich will sie auch gar nicht fragen, wohin sie gehen und welche wilden Abenteuer sie vorhaben, sagte er, als er neben ihrem Wagen stand. Seine Hand lag noch auf dem Türgriff. Valerie lächelte. Ist es denn überhaupt notwendig, zu fragen, wenn sie aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Polizeibeamte mit Motorrädern hinter mir herfahren lassen? Nein, auf mein Ehrenwort. Ich vertraue ihnen, dass sie heute nichts tun werden, was mich in Verlegenheit bringen könnte. Als ihr offizieller Schutzengel habe ich natürlich ein großes Interesse an ihrem Schicksal. Ich werde um acht Uhr im Kartenhotel vorsprechen und wenn sie bis dahin nicht zurückgekommen sind, werde ich eine dringende Anfrage an alle Polizeistationen Englands senden. Sie drehte sich noch einmal um, nachdem der Wagen abgefahren war und sah, dass er ihr nachschaute. Er wartete, bis das Auto außer Sicht gekommen war. Dann wandte er sich um und ging durch den Park zurück. Trotz der späten Jahreszeit war es ein warmer Tag und auf den breiten Wegen bewegte sich eine bunte Menschenmenge. Seine Gedanken waren mehr mit dem Problem von Valerie Howard als mit der Aufklärung des Mordes beschäftigt, der an diesem Tag das Hauptgesprächsthema Londons war. Obwohl er alle Zusammenhänge zu verstehen glaubte, war ihm doch die Anwesenheit Valeries in Kriegers Pflanzung äußerst unangenehm. In Wirklichkeit hatte er sie dort überhaupt nicht gesehen. Er hatte sie nur bemerkt, als sie hineinging und als sie wieder herauskam. Alles, was sie in der Zeit zwischen drei Uhr nachmittags und acht Uhr abends getan hatte, als sie aus ihrem Versteck wieder herauskam, wusste er nicht. Er hoffte, dass sie ihm alles erzählen würde, wenn er sie mit der Mitteilung überraschte, dass er sie beobachtet hatte. Auch glaubte er, dass seine amtliche Stellung, die er ihr verriet, Eindruck auf sie machen würde. Aber stattdessen war sie nur noch verschlossener geworden. Er wusste von Howard, dass sie jemand suchte. Wer diese Persönlichkeit war und unter welchen Umständen sie verschwand, war ihm noch ebenso unklar wie früher. Er hatte zwei Monate fieberhafter Tätigkeit hinter sich, während der er diese schöne junge Dame beobachtet hatte. Ihr rastloser Forschungstrieb hatte sie manchen Weg geführt, dessen Gefahren sie nicht ahnte. Wer war diese Mrs. Held und weshalb suchte Valerie sie? Er kannte Mr. Howard genau und war ihm sowohl diesseits wie jenseits des Atlantischen Ozeans begegnet. Er war Witwer und aus seiner Ehe war nur ein Kind hervorgegangen. Hätte Valerie eine Schwester gehabt, dann wären diese Nachforschungen etwas Selbstverständliches gewesen. Aber wer konnte denn Valerie Howard so wichtig sein, dass sie das Geld mit offenen Händen ausgab und diese gefährlichen Streifzüge wagte, die selbst ihm einen Schauder einjagten, wenn er daran dachte? Es konnte keine gewöhnliche Freundin sein und es wäre alles verständlicher gewesen, wenn es sich um einen Mann gehandelt hätte. Er überlegte sich dieses Problem immer wieder, aber er kam keinen Schritt weiter. Unerwartet sah er plötzlich eine alte Freundin und sofort waren alle Gedanken an Valerie verschwunden. Er ging mit schnellen Schritten quer über den Rasen und trat auf eine elegant gekleidete Dame zu, die langsam spazieren ging und einen kleinen Hund an der Leine führte. In ihrer äußeren Erscheinung glich sie vollkommen den vornehmen Damen, die in einer Straße in der Nähe des Parks wohnten. Ich dachte schon, ich hätte mich geirrt, sagte Jim liebenswürdig. Wie geht es Ihnen, Faye? Sie schaute ihn verständnislos an und hob ihre sorgfältig nachgezogenen Augenbrauen. Ich fürchte, dass ich nicht den Vorzug ihrer Bekanntschaft habe, sagte sie kühl und sah sich um, als ob sie einen Polizisten suchte. Jim Featherstone amüsierte sich so sehr über sie, dass er zuerst nicht sprechen konnte, weil er sonst hätte laut lachen müssen. Faye, Faye, sagte er vorwurfsvoll. Steigen Sie doch von Ihrem hohen Postament herunter und seien Sie menschlich. Wie geht es denn all den guten Leuten Ihrer vornehmen Bekanntschaft? Jerry ist, so viel ich weiß, noch im Gefängnis und die übrigen verbergen sich in Paris, nicht wahr? Sie schüttelte ungeduldig den Kopf. Mein Gott, Featherstone, es ist wirklich schlimm, dass eine Dame nicht einmal mit ihrem Hündchen ein wenig spazieren gehen kann, ohne von einem Oberspitzel angepöbelt zu werden. Ihre vulgäre Ausdrucksweise ist wirklich schlimm, erwiderte Featherstone in guter Laune. Ich hörte jüngst eine Neuigkeit von Ihnen, die mich sehr in Erstaunen setzte. Sie schaute ihn an. Argwohn und Missfallen sprachen aus ihrem Blick. Was haben Sie denn gehört? Man erzählte mir, sie hatten sich verheiratet und sich kirchlich und zivil trauen lassen. Wer ist denn der glückliche Mann? Sie träumen, sagte sie verächtlich. Die Beamten von Scotland Yard glauben nur zu gern alles Böse von anderen Leuten. Nein, ich bin nicht verheiratet, Featherstone. Obgleich ich nicht weiß, was passieren würde, wenn sie mich so sehr in die Enge treiben. Ich habe immer eine Schwäche für ihren Typ gehabt. Ich liebe diese Leute besonders. Sie sind nicht so schlau wie die hässlichen. Sie schaute ihn unter dunklen Augenlidern verheißungsvoll an. Was sagen Sie dazu, Featherstone? meinte sie halb spöttisch. Ich möchte Sie nicht gerne enttäuschen, Faye. Aber ich möchte doch erst meine Familie um Rat fragen. Aber im Ernst, wer ist denn der glückliche Mann? Es gibt wirklich niemand auf der Welt, der gut genug für mich ist. Ich bin schon seit Langem zu diesem Schluss gekommen. Sie gingen langsam weiter. Für alle Leute war er ein eleganter Herr und sie eine Dame aus den besten Ständen, die sich angenehm miteinander unterhielten. Wie geht es denn diesem Mischling, dem Sekretär des alten Bellamy? fragte er oben hin. Sie wurde rot. Woher haben Sie denn den Ausdruck Mischling? fragte sie scharf und aggressiv. Wenn Sie damit Savini meinen, der zufällig mein Freund ist, so möchte ich Ihnen doch sagen, dass er aus einer sehr guten, alten, portugiesischen Familie stammt. Vergessen Sie das nicht, Featherstone? Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich dazu komme, mich mit einem Polizeibeamten in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ach, tut mir leid, murmelte Featherstone. Ich hätte mich natürlich auch daran erinnern sollen, dass man niemanden einen Mischling nennt. Nebenbei bemerkt, fängt er an, sich jetzt ganz ehrenhaft zu benehmen, wie ich gehört habe. Die gereizte junge Dame wandte sich jetzt plötzlich zu ihm um. Ihre Augen blitzten wütend auf. Mr. Featherstone, sagte sie hitzig. Ich habe keine Lust, weiter zuzuhören, wie Sie über meinen Freund sprechen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie jetzt Ihre Wege gingen. Jim Featherstone sah sie nachdenklich an. Man sollte doch wirklich glauben, dass Sie mit dem netten Julius verheiratet wären. Wenn das tatsächlich der Fall ist, so darf ich wohl meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Aber sie hatte sich schon umgedreht, bevor er den Satz beendet hatte. Sie ging zornig fort und schleifte das widerstrebende Peking-Hündchen hinter sich her. Zum zweiten Mal in den letzten zehn Minuten wandte sich Jim Featherstone um und sah gedankenvoll hinter einer Frau her. Später ging er ins Kartenhotel, um die Bekanntschaft mit dem Freund Faye Claytons zu erneuern. Aber Julius hatte das Hotel bereits mit seinem Herrn verlassen und sich nach Gary Castle begeben. Das war's für heute.